hallo zusammen es geht weiter mit ghost week and breakpoint spaß beim zusi wünsche ich habe es jetzt geschafft mit dem geklauten auto ins lavaduct vorzudringen hier versteckt sich diese katja maximova und ich soll jetzt der oberhard keine flucht spielen unterbinden sie die operation der bordeaux das ding nehme ich jetzt mal an weiß jetzt nicht ob so ausführung für den einsatz in dieser region zu fliegen maximo die anfang der bordeaux versucht ein helikopter von aurore zu fliegen aber outcasts können wohl um allen wegen des drohens von sich erreichen hacken sie die computer der bordeaux kürzester zeit um maximovas flucht zu verhindern und den drohenspann in der region lahm zu legen schritt eins von drei das heißt das ganze wird auf zeit gehen könnte heißen dass ich erstmal die bude leer räumen muss das problem bei diesem aqueduct aqueduct lavaduct ist dass ich da ganz hoch muss und ich weiß jetzt nicht mehr welcher kran der richtige war hier musste man ja auch schon solo raid spielen beziehungsweise normale raids aber es gab auch eine solo raid mission hier das weiß ich das war stopp dusche nacht und ich bin den falschen grad zuerst hoch und jetzt weiß ich nicht ob ich erst die jungs da oben weg dödeln soll weil ich mir vorstellen wenn ich jetzt los spiele dann habe ich keine ahnung zehn minuten 15 minuten weiß ich nicht zeit den rest zu mal ich riskierst einfach mal ansonsten muss ich normal spielen auf die uhr jetzt bestimmt maximova wartet auf den fluchthubschrauber sie wird sicher enttäuscht sein wenn ich ihren navigationscomputer störe aber erst muss ich mich um den drohnenschwarm kümmern 15 minuten zeit ja und jetzt ist das hoffentlich der richtige kran hier ich bin aber letzt mal den anderen hoch gegangen und dann kommt man nämlich nicht da oben im laberdukt an sondern ja halt auf dem kran und dann war es das mein glück war das damals dunkel war und mich niemand gesehen hat ich habe gesagt ich war schon ewig lang nicht mehr weiß gar nicht oder war das jetzt der falsche kran habe ich habe den falschen kran erwischt ich hoffe nicht ich hoffe nicht dass das leiter bei der richtigen kran sehr gut im prinzip hält diese riesen wand ja die laber weg hier kontinuierlich fließt ich habe den feind entdeckt da ich habe den feind entdeckt da ich habe den feind entdeckt da wenn er mir nahe sich kontakt zu raketenschützen ist ja noch kein rocket schütze da ist auf jeden Fall ein blöder wolf der muss weg ich versuche das wirklich wirklich stents zu machen ich muss da wahrscheinlich ganz bis auf den blöden turm hoch so viel ich hatte ich hatte wo da unten ist einer wo ist einer wo bist du muss ich überlegen wie ich da rüber packe ich glaube da ist jemand geschätzt ich war damals schon bescheiden hier hoch zu kommen ich habe Ja, drückt gleich ab. Hä, von wo? Euer Glöcker. Das Ding muss weg, das nervt. Gehen wir da unten lang? Ich weiß nicht, ob du was bringst, wenn ich hier unten lang latsche. Dann müssen wir die Brille auf. Nicht, dass hier gleich noch irgendwo versteckt, wo die sind. Nee, erstmal nicht. Hier jetzt hoch. Das könnte irgendwie mit den 15 Minuten. Oh, muss der ganz hoch? Sieht so aus, ja. Sieht so aus, als müsste ich da ganz hoch. Ach, das müssen Mörse ausschalten. Ich gehe davon aus, dass ich gleich wieder runter rennen muss. Weil die muss ja irgendwo landen. Die muss ja irgendwo landen. Nicht schlecht. Ich weiß, dass es hier... Wo muss ich denn hier hacken? Hier rein? Okay. Okay. Ach, da. Ich weiß, dass es hier ein Heli-Landepad gibt. Da muss man in einer Mission nämlich mal fliehen. Und wo muss ich jetzt hin? Drohnenschwarm deaktiviert. Jetzt können die Outcasts sicher rein. Zeit, Maximovas Flucht zu verhindern. Ah, ich muss da unten. Ich muss da ganz runter. Uha. Das heißt, ich muss da... dahin. Das heißt, ich muss dahin, wo man... wo man sonst gegen... Ich weiß den Namen jetzt nicht. Auf jeden Fall gegen diese riesen Drohne kämpfen muss. Und das ist auch bescheuert, da hinzukommen. Ich weiß gar nicht, ob ich von hier direkt hinkomme. Ja, doch. Geht, oder? Geht das doch nicht mehr. Doch. Geht. Es geht. Was mich wundert ist, dass... dass... nirgendwo... fahrbare Drohnen sind. Da hab ich mich selbst in die Luft gesprengt. Aber jetzt muss ich mich ganz schnell heilen. Jetzt hab ich Probleme. Ja, beeilen hier. Das Ding hab ich schnell aufgesprengt, oder? So, die Unterlagen nehmen wir noch mit hier. Die Unterlagen will ich noch schnell haben. Was? Alles unter Kontrolle. So. Das Foto will ich noch schon haben. Lese ich mir gleich durch. Dann pack ich jetzt schnell hier. Die Diskussion lese ich mir gleich durch. Mal gucken, was jetzt kommt. Ob die Outcast mir jetzt helfen, oder ob ich noch ein Endfight machen muss. Bin mal gespannt. Ihr Navigationscomputer ist offen. Maximo kann nicht mehr entkommen. Aha. Und das war's jetzt? Warten wir mal ab. HL Orpois erledigt? Bin mal gespannt. Ich hätte gedacht, dass es noch einen schicken Endfight oder sowas gibt. Dann lese ich mir das nochmal schnell durch. Das Dokument, was ich gerade gekriegt habe. Wo ist es da vorne, Stücke? Hauptsache es eiert mir jetzt nicht weg zum Schluss. Da ist es. Steht da. Diskussion zwischen den Anführern der Bordax. Katja Maximova. Ich nehme Ihre Bedeckung zur Kenntnis, aber ich muss Sie an die Tragweite der Sache erinnern, die wir in Bewegung setzen. Ja, es könnte einen kalten Krieg geben, wenn wir die Spannung genug erhöhen. Auf dieses Ergebnis müssen wir uns vorbereiten. Definitiv darauf vorbereitet. Wir dürfen nicht auf die Belohnung spekulieren, ohne die Risiken zu überdecken. Halten Sie Ihre Bereiche unter Kontrolle. Kostas Cherkov. Das ist ja der, der wir schon töten müssen. Verstanden. Ich bin bereit. Jorda Arkinov. Das haben wir auch schon getötet. Alles im grünen Bereich. Ich würde einen offenen Konflikt begrüßen. Vassili Krupp-Botkin. Haben wir auch schon getötet. Ich folge Ihrem Befehl. Und Katja Maximova. Wir ziehen das bis zum Ende durch. Bleiben Sie wachsam. Und dem Feind immer einen Schritt voraus. Dann wirkt eine enorme Belohnung. Wir werden nicht scheitern. So. Das ist jetzt aber scheinbar passiert. Das scheitern. Sobald mich wundert, dass ich hier noch vier, fünf Fundstücke übrig habe. Aber es könnte sein, dass das noch Fundstücke sind, die mir aus Raids von Golem Island fehlen. Ich wüsste nicht. Wo soll ich? Brauman, Ito, Nomad hier. Der Drohnenschwarm ist deaktiviert. Maximova hat sich in ihrem Versteck verschanzt. Sie weiß, sie können nicht entkommen. Meine Leute sind auf dem Weg. Sie werden bald auf Golem landen. Sie entpuppt sich als echte Nervensäge. Um an sie ranzukommen, müssen wir die Behemoth Drohne zerstören, die den Zugang bewacht. Aha. Und benutzen die immer alle. Das ist nicht besonders kreativ. Umso besser für uns. Damit kommen wir klar. Stimmt. Interessant. So. Das ist nicht der einzige Weg. Niemand muss sterben. Guck einfach weg und ich mach dich reich. Vergiss es. Du entkommst mir nicht, Maximova. Mal gucken, wo es dann weitergeht. Wahrscheinlich muss ich hier oben hoch, denn das Schild wird von einer Behemoth Drohne bewacht. Neuer Einsatz. Ja. Den spiele ich aber gleich. Vorher sage ich danke fürs Zusehen. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Macht's Gott. Tschüss. 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 Tschüss.